Herzlich willkommen zur neuen Folge Jurassic World Evolution. Relativ kurze Aufnahme, ich habe heute nicht sonderlich viel Zeit, denn ich muss gleich weg. Von daher, ja, machen wir das kurz und schnell. Und ich überlege jetzt schon mal, ich kann die hier doch theoretisch mal einzäulen. Sorry, dafür, mein Playstation brauche ich gerade ewig für alles. Jetzt darf ich noch mal einen Zaun bauen. So, dann haben wir die hier jetzt schon mal eingezäunt. Jetzt mache ich allerdings ein weiteres Gehege direkt daneben. So, jetzt brauche ich Tore. Eins da und eins da. Futterstation, machen wir das. Dann brauchen wir hier schön Wald. Ich weiß, diese Wasserstelle ist eigentlich an der wichtigsten Teile, die es in Jurassic Park gibt, aber das ist gerade ein bisschen viel Wasserstelle, in dem Gehege zumindest. So, dann Ranger Team, Aufgaben hinzufügen. Zufügen, Betäuben, und zwar die Brachiosauri erstmal. So, Triceratops. Kommt hier mit hinzu. Jetzt gerade noch mal nach dem Bestand der anderen Dinos. Das wird beim Triceratops ja knapp. Ich glaube, ich verfrachte Triceratops gleich einfach mit. Jetzt ist eh zu spät. Und verfrachte ich die Paras mit auf die andere Seite. So, die Logo kommt da mit rein. Und dann noch ein paar. Ich will weiter betäuben. Ein Paarer. Zwei Paarer. Na, dafür sprach ich aus dem. Danke. So, jetzt muss ich natürlich noch eine kleine Futterstation rein. Das dauert jetzt wieder ewig. Das dauert jetzt wieder ewig. Oh, bitte. Hier war noch eine... Ich hab jetzt ein bisschen Triceratops getäubt. Kann man auch mal machen. Darf ich jetzt? Danke. was ist bei dem bei dem auch gott so dass die nächste paar das ist noch einer der wird gerade betäubt müsste ich jetzt alle hier im gegam ja so den einen musste noch betäuben ich guck mal wie es ein paar was hier passt ja sozial ist noch niedrig aber das kommt auch gleich noch so der letzte ist jetzt auch betäubt und drüber und der ist fertig und kommt daran wir brauchen natürlich eine tour im jurassic park nein bitte nicht diese autos sind kein gegner für einen t-rex wir werden entsprechende vorkehrungen treffen man muss die vergangenheit ruhen lassen diese ganze insel ist ein denkmal für die vergangenheit um da kommt ich habe hier und die studierte Bestand keinerlei Chance jemals einen lebendigen Dinosaurier sehen zu können die Chance des Lebens war sogar noch und jetzt dass diese Ladezahlen bei diesem Spiel ging mir manchmal gewollte schafften Nerven die Jurassic Park Tour ist nur der Anfang ich will von da nach da anschließen lad doch mal schneller ich meine Plastik ich will mir gar nicht aufmerfen weil sie gerade nix lädt wir sollten sicherstellen dass diese Tour es den Gästen ermöglicht alle Dinosaurier zu sehen sie sollen die Wunder dieses Ortes begreifen und nicht den Schrecken den wir erleben mussten ja ich weiß dass das nicht weit verbunden ist ich sage es trotzdem wir sind hier freilaufende Brachios Untertitelung. BR 2018 Hm, wo bin ich? Ach, da bin ich. Füge sie da durch, füge sie da. Malang. Füge sie da durch, füge sie da durch, füge sie da durch. Äh, abreißen. Da, da, da. Ich muss ungefähr hier zurück. Und dann ist das Straße. Ich muss da ran. So. Jetzt sollte es gehen. Aber ich glaube, ein Punkt fehlt gerade noch. Und zwar... Das. Erstmal muss ich noch schnell die Brachios hier betäuben. Die hier noch ungewollt frei rumlaufen. Hey, hier werden hier noch mehr Galenien müssen, sind Trizirotops rum. Egal. Ich mach es hier einfach kurz im Zaun drum, dann sind die auch kein Problem. So. Ist die Route auch abgesichert. Na komm, mach Tina. Boah, dieses Betäumen kann nicht schwierig sein. Das andere Ranger-Team, okay. Sollte ja trotzdem nicht so schwer sein, so einen großen Dino zu verfehlen. Äh, zu treffen. Ja. Und das haben wir auch. So, was ich jetzt erwache. Wie gesagt, kurze Folge. Ich beende jetzt die Folge. Jetzt sag danke, dass du das nächste Mal wieder dabei. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da und dann sage ich ciao, ciao und bis dann.